Herzlich Willkommen zur Hybrid Expo. So sieht's gut aus. Starte ich das Ganze mal, jetzt können wir schauen, was wir zusammen angelegt haben. Ja, vielen Dank für die tollen Impressionen, die wir über diese Möglichkeit bekommen haben. Es waren super Erläuterungen dabei. Es ist ein tolles Konzept in Zeiten, wo man nicht auf Messen gehen kann. Es ist einfach voll gelöst und wir freuen uns, wenn wir dann mal wieder persönlich hier in der Rheinböen erfahren. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.